Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Spielraum Deckcheck. Ich bin euer Matthias und bei mir sitzt der wunderbare Patrick. Und er hat uns auch heute wieder ein ganz tolles Deck mitgebracht. Ein Pioneer Deck ist es. Und zwar der Hottest Shit, wie man so schön sagt. Also Visage hat es Mono Black Demons genannt. Manche Seiten einen Bloodletter Slasher Black Control, was ein bisschen sperrig ist. Wir werden bei Mono Black Demons bleiben, weil wenn das Visage so nennt, dann machen wir das auch so, obwohl es nicht wirklich einen Sinn hat und das andere wesentlich deskriptiver ist. Hat auf jeden Fall am vergangenen Wochenende in Japan die Champions Cup Final, war das das Breakout Deck. Das hatte 260 Spieler rund, war ein reines Pioneer-Deck-Turnier und in den Top 8 waren, glaube ich, vier oder fünf Decks, die das so waren oder halt so in die Richtung waren. Und Platz 1 und Platz 2 war auch ein Mirror more or less. Also ja, ursprünglich wollte ich euch heute ein Standard-Deck noch vorstellen, aber alles, was relevant, Quote und Quote in dem Deck ist, ist auch standardlegal. Das heißt, man kann das in den Standard sehr gut übernehmen. Na bitte, dann fangen wir doch, wie du es so gerne machst, mit der Malerbis an. Jawohl. 26 Länder, du bist Mono Black, du hast 14 Sümpfe. Das ist relativ einfach. Du hast 2 K's Locked Wain, weil du kannst schon mal ein paar Karten mehr ziehen bei Gelegenheit. Du hast einen Tag Nummer. Du hast selten das Bedürfnis, was du den Friedhof zurückholen, aber es kann halt passieren. Und du hast einen Urborg, weil du auch colorless Länder hast. Dazu gehören nicht diese zwei ersten Mainlands, weil das sind zwei Hive of the Eye Tyrant. Das sind die Angreifen, was Excelen, oder? Genau, die sind Angreifen, Mainlands und Excelen, was 3-3. Die hat man immer in die Raktos-Liste ein- bis zweimal gespielt und auch in die Mono Black-Liste natürlich bis zu viermal. Da jetzt aber nur zweimal, weil man spielt für Mutterwold. Mutterwold wirkt im ersten Moment ein bisschen komisch, weil eben es colorless ist und du hast schon Triple Black-Ansprüche auch in dem Deck, was hart ist. Aber wir werden dann auch sehen, warum das so ist. Und dann hat man noch zwei Filter-Through-In, weil man ein bisschen gierig ist und gegen eine Schamaner-Base durchaus angreifen möchte. Und bei Mono Black kann man das sich auch erlauben, finde ich jetzt einmal. Dann hast du noch was, um den Friedhof anzugreifen bei der ersten Kreatur, ne? Genau, du hast zwei Greyfair-Trespasser und da unterscheiden sich schon viele Decks. Viele Decks haben gespielt, also viele, die in diese Richtung gehen, diese Kombo-Undanflächen spielen, haben jetzt nicht Greyfair-Trespasser gespielt, sondern den Archfiend, diesen vier-Mana-6-6-Flieger. Ja, den Dross-Typen. Genau, Archfiend auf der Dross, glaube ich, heißt er, ja. Das Problem ist, dieser vier-Mana, also das konstanteste oder durchgehend beste Steck-in-Pionier ist ja einfach Inst-Phoenix. Und ein 6-6-Flieger ist natürlich geil, weil er blockt einen 4-3-er, aber das hat zwei Probleme. Einerseits kommen meistens mehr als ein... Der Phoenix-Silber. 3-2. Ah, 3-2-er. Blockt einen 3-2-er, sorry. Er blockt einen 3-2-er. Ja, ich habe ihn einfach größer gemacht. Aber einerseits kommen oft mehr als einer, andererseits, wenn ein 3-2-er kommt, reicht jeder seiner Removal. Das heißt, sowohl das Fiery Mastery als auch halt die Achse, um den trotzdem umzuschneiden. Du kannst ihn nicht alleine umschneiden, und die kommen in der nächsten Runde wieder. Und inzwischen spielen die auch noch Bounce mit Flatmore, dem Frosch und so. Den Frosch, der den Fisch beschreibt. Genau. Richtig, geil. Das heißt, dieser Archfiend ist nicht... Und es ist halt auch ein Vierertrop. Und der Grave, der hat Trespasser als 3-er-Trop, der einfach dann den Phönix aus dem Friedhof entfernt. Und auch schwer zu handeln ist, weil du halt eine Karte abwerfen musst, um ihn wegzumachen. Ist natürlich da... Muss nicht immer besser sein jetzt für... Fürs... Fürs... Gerade für das Itze-Deck. Aber der Grave-Attack ist schon sehr relevant hier. Und dann kommen wir zu den zwei Karten, die das Deck ausmachen. 4-1 der Stoppable Slasher. 2-3 Death-Touch. Wenn er da Damage macht, dann verliert der Gegner die Hälfte seiner Lebenspunkte aufgerundet. Das heißt aber, nachdem er Damage gemacht hat. Das heißt, wenn du bist auf 20, gehst du auf 18, gehst du auf 9. So einfach. Dann haben wir... Der ist auch in Standard schon gespielt worden. Und wenn er stirbt, kommt er wieder mit zwei... Stun-Marken. Stun-Marken. Auch geredet, gell? Ja. Den habe ich sehr cool gefunden. Ja. Ich fand ihn, glaube ich, auch cool. Aber ich dachte nicht, dass er gut wird. Ja. Also der ist natürlich sehr gut. Weil vor allem mit dem Bloodletter auf Aklasot. Der ist vier Mana. Drei schwarze, ein farbloses. Zwei, vier. Flying. Und sagt, wenn ein Gegner in deinem Zug Leben verliert, verliert er doppelt so viel Leben. Was einerseits ganz nett ist mit jeder anderen Kreatur. Er macht praktisch vier Damage. Aber mit dem Unstoppable Slasher heißt das, du machst ihm nicht zwei Damage, sondern vier Damage. Und dann verliert er sein Leben. Und dann verliert er sein Leben noch einmal. Und dann ist er tot. Das ist eine One-Punch-Kombo sozusagen. Turn drei, Unstoppable Slasher. Turn vier, Bloodletter. Angriff. Du bist tot. Ziemliche Ansage. Dadurch, dass der Unstoppable Slasher noch Deathstouch hat, ist er ungut zu blocken. Ja, der kommt immer wieder. Der andere ist halt ein Vierer hinter. Das ist auch schwer wegzuschießen. Blockt auch gut. Ja, geht auch in Standard. Zwei Vier, der Blockt und Phönix. Der Blockt und Phönix. Oder Phönix nicht 4-3s. Genau, der Blockt und Phönix tot. Geil. Also das ist im Endeffekt die Combo. Und ja, weil das halt irgendwann Unstoppable ist, im wahrsten Sinne des Wortes, weil das blöde Slasher immer wiederkommt, ist das halt wirklich ein guter Stack. Und geht, wie gesagt, auch in Standard. Das, was dann auch noch eine Kreatur ist, was halt Standard nicht hat, ist der Rekon Bankbuster. Zieht der Karten, greift irgendwann vielleicht an. Ja, hat man in den Raktus-Dacks immer gespielt, spielt man jetzt auch in Mono-Black. Was aber in Standard auch geht, ist der Raum Unholy Annex, beziehungsweise Ritual Chamber. Und da kommt auch das Demon her, wie es jetzt halt nennt. Weil Ritual Unholy Annex sagt ja, du verlierst zwei Leben und siehst eine Karte aus. Du hast einen Demon, dann verliert der Gegner zwei Leben und du siehst eine Karte. Ihr dürft hören. Deswegen hast du auch die Mutter Olds, ne? Genau, du hast die Mutter Olds, der Bloodletter auf Akklo-Sorts ist ein Demon und Ritual Chamber macht ja theoretisch auch noch einen Demon. Das heißt, du hast dann potenziell zwölf Demons im Deck, vier echte, vier, die sich halt aktivieren zum Demon und vier, die du halt casten musst. Sechs Mana ist viel. Ich glaube, sechs Mana kommt das, oder fünf? Nein, ich glaube sechs. Fünf? Fünf? Fünf, nein, fünf. Zwei Schwarze, ein Drei, farblos, ja. Genau. Ist natürlich viel, aber ja, es ist okay noch immer. Ja, und das Nette ist natürlich auch, du kannst halt das Anhörl dir einigst legen und ziehst dich halt noch auf deine Sachen rein, weil es gibt wenig Decks in Pioneer, die dich halt live-mäßig total pressuren, außer halt Rot natürlich, ist eh klar. Aber da ist halt ein 2-3er Death Touch, schon ein ganz guter Block und ein 3-3er, auch ein ganz guter Block und ein 2-4er auch ein ganz guter Block. Also du hast dann, und bist dahin, dann legst du halt das Anhörl vielleicht einfach nicht, bist halt nicht gierig, ja. Oder erst, wenn du es mit Mutterwollt halt irgendwie triggern kannst. Genau. Dann hat man den Discard-Stuff, da ist das Deck all in, mit vier Tores und vier Totsies. Ja, man hat, oh, also vier Totsies ist eigentlich der Standard und die vier Tores waren oft im Sideboard. Da ist beides im Main-Deck, weil du halt kannst du das Removal wegnehmen. Du kannst das Removal weg, genau. Du beschützt deine Combo von Anfang an und, ja, wenn du halt Turn 1, Turn 2 Handstruction machst, vielleicht Turn 2 noch ein Removal dazu, Turn 3 dann den einen legen kannst und du weißt, der kann nicht gekillt werden, der muss jetzt was nachziehen. Wenn vier den anlegst, dann ist er wahrscheinlich tot, ja. Das ist halt sick. Removal, Fatal Push, vier Stück, eh klar, kippt alles. Du hast zwar keine Fetch-Länder, um es leicht jetzt Multiple zu triggern, du hast nur Field of Ruin, was das machen kann, aber es ist einfach ein sehr solides Removal in den ersten paar Turns. Ja, ich kann mir vorstellen, dass das auch mit dem Unstoppable-Slasher leicht ausgelöst wird halt, ne, weil den muss er dann blocken, dann stirbt vermutlich der Slasher und auf jeden Fall das, was geblockt hat und dann ist das Fadel-Pusher live und ganz was anderes auch abbehalten. Ja, stimmt, vollkommen richtig. Dann als weiteres Removal, er spielt da jetzt Addict, da haben, der spielt vier Stück, also das ist jetzt die Siegerliste, das ist die Liste von, habe ich gar nicht gesagt, von Terturo Asano, das ist der Sieger von dem Turnier gewesen. Andere Listen haben Goat for the Throat gespielt, zwei Stück in einen Split. Ich verstehe, warum er das Addict genommen hat, weil Goat for the Throat macht zum Beispiel nicht den Bankbuster weg, es gibt auch ein paar andere Karten, die er nicht wegmacht und für dich ist er im Endeffekt nur das wichtig, dass du halt die großen Kreaturen, die Fadel-Push nicht händeln kannst, damit händeln kannst und du kriegst halt auch Planeswalker weg, was natürlich auch ganz nett ist. Und dann noch zwei Invoke to Spare, finde ich halt auch krass, das ist ja relativ teuer, in Standard viel gespielt worden, in Pioneer ein bisschen gespielt worden, aber eher so in die, ähm, wie heißt es, in die, äh, mit dem Enchantment, wo es irgendwas Müll heißt, wo es, wenn er Dist cardet, kriegst du entweder Kreatur, Mana oder Distacate. Das habe ich auch vorgestellt, das Deck. Das schwarze Ding. Das schwarze Enchantment. Ja. Ja, ja, ich weiß schon, was du meinst. Ja, ich werde es einblenden jetzt, weil ich, weil ich, weil ich blöd bin und mir gerade nicht einfällt. Egal, also das, da hat man es gespielt, weil da hast du halt oft auch Mana gekriegt und so, aber das Deck spielst du einfach auch, du 26 Länders, aber du bist halt auch viel und du bist halt einfach Mono-Black, ja. Ja. Ja, das ist das Main-Deck. Und, sehr straightforward. Und in Standard gibt es das auch, in Standard spielen sie teilweise noch dieses, ähm, neue Enchantment dazu, äh, irgendwas Serious Wound oder so, wie das heißt, weil das, das, das macht auch Doppel-Damage. Okay. Und das ist dann praktisch Bloodletter. 2.0. Genau, 5 und 6, ist aber ein 5-Man-Enchantment, das halt ohne Blood, ohne dem Stage jetzt nicht so viel macht, weil halt, ja, nur ein Enchantment, was halt, der Bloodletter ist wenigstens noch eine Kreatur, die halt angreifen kann, ja. Ja, dann sind wir beim Sideboard. Mhm. Caustic Broncos, 4 Stück, auch die kann man in Standard spielen, ja. Zusätzliches Kato, aber auch zusätzlicher Loss, Life Loss, ja. Du, äh, du kannst mit, ähm, dem, das Problem ist, dass der eigentlich 3 Power will, um, um gecrewt zu werden, also gecrewt, gesettelt zu werden, ja. Das heißt, das kann eigentlich, kennst du deine Kreaturen. Ja, der Trespasser, ne? Der Trespasser kann, das heißt 3, aber der Slasher und das Letter sind beide nur 2 vorne. Ja, und Mutterwold kannst du auch nicht. Mutterwold kannst du auch nicht. Hive, der i-Tyrant könnt, aber wenn du 4 Mana zahlst, um Hive zu aktivieren und dann haben das zu, ja, okay, aber es geht einfach um zusätzlichen Kato. Und ein Early-Pro-Locker auch. Du hast einfach einen 2 Mana zu 2er-Blocker, der halt in 2 Matchups ganz interessant sein kann, er kann in Kontrollen interessant sein, um einfach zu den Kato zu haben und Pressure aufzubauen und er kann in Agro interessant sein, einfach einen billigeren Blocker zu haben. Dann anlässend Hörsee, ja, Graveyard Hate ist ganz interessant und das ist natürlich noch eine Kreatur. Dann Cutdown gegen die Agro-Decks, wo du halt die Tuarese zum Beispiel rausbordest, wo du die Sources vielleicht rausbordest, weil den Life-Flows willst du vielleicht nicht haben gegen das rote oder rote-blaue Deck. Da ist es ganz nett, noch Cutdowns zu haben. Marsch of the Rage of Zorro, selbiges. Kann aber auch Brainswalker abschießen und gibt dir Leben. Das kann ganz interessant sein. Das kann auch ganz wichtig sein, ja. Genau. Dann noch 2 Invoke Despair. Das ist, wenn du halt in midrangeigeren Match-Ups bist, ist ja auch ein Devastating, was der alles dann opfern muss, dann kriegst du Leben, ziehst Karten und so weiter. Kannst quasi auf die 4 Stück raufborden. Genau. Dann nur ein einziges, und das finde ich relativ schade, Mithook-Massaker, weil das ist eine meiner Favorite-Karten ever. Aber ja, auch das ist natürlich ein Mass-Removal. Das Problem ist halt, bei 3 Kills bis auf den Bloodletter schon alles bei dir. Und das ist halt nicht so prickelnd, aber für 2 Kills, z.B. viel beim Gegner, bei den aggressiven Gegnern, oder halt bei Token-Dacks, die in die Breite gehen wollen, kann man schon entspielen. Und dann zum Schluss noch Mithra and Graveyard Hate. Das Deck hat 2 Goblank gespielt. Manche letzten Spielen, ein Goblank und ein Arschiok-Dream-Renderer. Hat beide seine Vorteile. Arschiok hat den Vorteil, dass du halt öfter triggern kannst. Goblank hat halt den Vorteil, dass auch die Hand angreift. Was mit deinem Discard-Package. Ganz interessant sein kann, genau. Dann kannst du 10 Discards haben, was halt schon sick ist. Und mit Goblank halt auch den Feed-Off-Removen, was gut gegen die Itze-Dacks ist. Das kann der Arschiok natürlich auch, macht auch öfter, aber dafür kann es vielleicht dann einfach hardcast seine Threads. Das willst du vielleicht dann auch verhindern. Gefällt mir ja ganz gut. Also ich finde diese Creature-Kombos immer ganz cool. Weil du spielst halt so, dein Game halt, kannst halt Discard machen. Du kannst halt auch einfach Discard-Remover-Remover machen. Dann legst du 5 in die Ritual-Chamber und klopst den mit dem Dämon-Tot oder so. Du kannst auch mit dem Unstoppable-Slasher so halt das Pressure-Game spielen. Das ist immer so, okay, muss ich jetzt das Removal drauf machen, weil ich lege jetzt Blattleiter und ich bin dann kaputt. Oder kann ich eben ein Thread runterlegen? Dann muss ich ihn aber auf einmal blocken. Auch das ist, du musst halt ein Removal, du musst eigentlich das Removal offen lassen oder halt gewillt sein, egal welche Kreatur du gelegt hast, sich zu traden. Aber dann ist das Problem natürlich, vielleicht hat er das Removal. Wenn ich jetzt Sherald-Rights-Edict habe oder Fatal-Push habe, kann es halt sein, dass deine Kreatur auf einmal weg ist und du dann, sogar wenn der Slash allein angreift, wenn die dir halt 10 Damage macht, weil du halt den Life-Flow, ist halt trotzdem schon viel Leben auf einmal weg. Auch wenn du nicht die Kombo hast. Genau, und dann wird natürlich das Unholy-Annex auch viel interessanter auf einmal. Weil ich dann Unholy-Annex mit Mutterwoll aktiviere jeden Turn und jedes Mal zwei Leben ziehe und mir zwei Leben kriege, dass es dann viel Life-Gain-Swing macht, dass es die Glocke für dich viel schwerer macht, das aufzuholen, dann traine ich dich einfach tot. Ja, greift schon von vielen Seiten an das Deck. Also gefällt mir schon sehr gut. Ja, finde ich auch sehr cool. Ja. Patrick, dir danke fürs Vorstellen. Gerne. Euch will immer danke fürs Zuschauen, wenn ihr irgendwelche Fragen, Anregungen, Kritik oder Kommentare habt, schreibt das unten in die dafür vorgezählenen Zeilen in die Kommentarfunktion. Ansonsten können Sie uns natürlich auf allen möglichen diversen sozialen Medien antreffen, nämlich x-formul-non-s-Twitter, auf Instagram sind wir, auf Facebook, auf Patreon sind wir. Wir sind immer noch nicht auf TikTok, Patrick, muss ich jedes Mal erwähnen, man sieht dich immer noch nicht lustig mit irgendwelchen Hawaii-Händen tanzen. Man kann mich hier tanzen sehen. Naja, das ist nicht das Gleiche, kann man keinen lustigen Filter drüber geben. Aber ihr könnt uns auf jeden Fall auch nicht tanzend, aber abendend im Spielraum in Wien antreffen. Ich kann auch tanzen für euch. Bitte nicht. Sehen wir uns im nächsten Video. Das ist alle eine Frage des Geldes. Bis dahin. Ciao, Papa. Ciao, Servus. Oh je. Wie heißt dieses scheiße Chart bei Patrick? Das gibt's ja nicht. Ich hab das Bild vor mir, oder? Ja, es heißt irgendwas mit Müll. Irgendwas, nicht Trash. Waste not. Waste not, genau, danke. Das hört mich jetzt sonst.